Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und heute bewerte ich einen Park von Speckless Tyrann. Der hat mir seinen Park eingeschickt, hat dazu geschrieben, so das wäre dann mein Park. Drachen habe ich als Code benutzt, um zu wissen, welcher Park richtig ist. Keine Ahnung, was du damit meinst, aber das ist wahrscheinlich eine interne Sache für dich. Vielen, vielen Dank, dass du mir den Park eingeschickt hast. Und falls ihr auch mal einen Park einschicken wollt, unten in der Videobeschreibung steht drin, wie das Ganze funktioniert. Also checkt es einfach mal ab, falls ihr mal Bock habt, einen Park für mich zu bauen und mir den zu schicken. Und ich schaue mir den dann an und bewerte den in einem Video. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Würde ich mich drüber freuen. Und ich würde sagen, wir springen jetzt direkt in den Park von Speckless Tyrann. So, da sind wir im Park von Speckless Tyrann. Und ja, wir sehen erstmal nicht viel und... Okay, ei, ei, ei. Alter Schwede. Das sieht ja mal übelst krass aus. Also ich kann jetzt schon mal sagen, seid bitte nicht böse, falls ihr die FPS droppen. Der Park ist ja mal richtig voll bebaut. Also da bin ich ja super gespannt. Sieht ja richtig cool aus. Aber es kann wirklich sein, dass die FPS hier so ein bisschen leiden. Also wenn es dann mal ganz leicht leckt oder so, seid bitte nicht böse. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an, weil hier gibt es ja so viel zu erkunden. Ich weiß jetzt übrigens, was du mit Drachen meinst. Du hast den Park, den Speicherstand einfach Drachen genannt. Der Park heißt anscheinend Prehistoric Park. Ein sehr, sehr schöner Name. Gut, dass du den Ankunftsort benannt hast. Und wir müssen uns hier in diesem Park auf jeden Fall... Man sieht es ja halt jetzt schon vom Weiten, ne? Also ihr seht ja, wie viel es hier zu entdecken gibt. Äh, wir müssen uns auf jeden Fall ranhalten. Also ich werde hier ein bisschen fixer durchgehen, weil sonst wird das hier ewig dauern. Aber es sieht schon sehr, sehr vielversprechend aus und cool aus. Äh, du kannst ja mal reinschreiben in die Kommentare, wie lange du da dran saßt. Weil das sieht noch sehr, sehr viel Arbeit hier aus. Also hier kommt man erstmal rein. Und selbst hier hat man schon Abzweigungen. Du hast hier verschiedene Wegfarben benutzt, Wegflächen verschiedene, dann hier Restaurants. Und du hast auch alles benannt. Oh mein Gott. Okay, es gibt super viel zu entdecken. Wir biegen mal hier links als erstes ab. Hier haben wir ein Gewächshaus, das heißt Drogenlabor. Okay, sehr, sehr cool. Dann haben wir hier links, hier sind auch viele Palmen und so. Das Nerdzentrum, das ist ein Wissenschaftszentrum wahrscheinlich. Dann haben wir eine Suvebeschiss. Ja, sehr gut. Das ist ein Souvenirladen. Haben wir hier Schutzraum, Schutzraum, Schutzraum. Dann haben wir ein Restaurantzentrum für Biologen. Wir verkaufen überteuerte Steine und China-Schrott. Was ist das hier eigentlich immer? Ich weiß nicht, ob das schon mal ein paar Leuten aufgefallen ist. Seht ihr das? Achtet mal hier auf das Zeichen von der Fossilienzone, wenn man ranzoomt. Seht ihr das? Hab nur ich das oder haben das auch andere? Keine Ahnung, was das ist. Total komisch. Okay, wir biegen mal weiter hier links ab. Hier ist eine Einschienenbahn auf jeden Fall. Eingangsbereich, du hast doch wirklich alles benannt. Richtig krass. Und hier rechts kommen wir zur ersten Beobachtungsgalerie. Also es gibt hier richtig viel zu entdecken. Das zeige ich euch jetzt schon. Und ihr seht schon, jede Menge Dinos. Hier sind ganz viele Velociraptoren. Im Hintergrund sehen wir schon Dracorexe, glaube ich. Ja, da kommen wir aber gleich nochmal zu. Hier sind auf jeden Fall ganz, ganz viele Raptoren. Wir schauen mal eben kurz mit den Namen. Das ist auch sehr, sehr schön gestaltet. Also das ist richtig viel mit Deko-Elementen und so gearbeitet. Also ich glaube, da saßt du echt sehr, sehr lange dran an dem Park. Ich gehe mal ganz kurz hier über die Namen rüber. Ihr könnt die ja alle selber mal eben lesen. Weil das wird sonst sehr, sehr viel Arbeit, das alles vorzulesen. So, hier sind ganz viele Bäume. Hier ist nochmal ein Türmchen, woraus man die Dinos beobachten kann. Also du hast hier richtig viel Deko-Elemente eingebaut und alles richtig voll gebaut. Hotel leck mich. Kann man denn hier was sehen? Oh ja, hätte man sogar eine sehr schöne Aussicht. Du hast sogar Strom benutzt, sehe ich gerade. Also richtig krass, Leute. Schaut euch das an. Hier ist so ein komplettes Stromnetz und so. Boah. Nicht schlecht. Gut, den Strom hast du nur hier oben benutzt. Also als Deko-Element wahrscheinlich. Also sehr, sehr krass. Sehr, sehr voll geproppt, der Park. Aber ich finde es cool. Macht einen coolen Eindruck. Hier hinten ist auch nochmal eine Beobachtungsgalerie. Hier können wir dann wahrscheinlich genau die Dracorexis und so beobachten. Und was sind das? Das müsste dann, glaube ich, Aeorchitonomimus sein, ne? Ja. Habe ich sogar richtig erkannt. Sehr, sehr gut. Auch wenn ich den Namen nicht aussprechen kann. Oh, die Kleinen sind auch sehr, sehr süß. Cooler Skin. Sieht nice aus. Was hatten wir noch? Dracos hatten wir hier drin, ne? Dracorexe. Oh, die haben sogar gar keinen Namen. Ich weiß nicht, ob wir hier sonst noch was drin haben. Ich glaube nur Dracos und diese Aeorchiton. Ich will ihn nicht nochmal aussprechen. Den Namen halt. Ja, Namen haben die soweit nicht. Aber dann gehen wir weiter, würde ich sagen. So, hier geht es weiter. Hier ist dann nochmal ein schöner Turm. Kann man dann auch nochmal schön was erkennen. Das ist auch echt viel Wert darauf gelegt, dass die Besucher, die Dinos gut sehen können. Hier sind überall Besucher, Galerien und Türme und so eingebaut. Nicht schlecht. Dann überall Palmen, überall Felsen. Richtig krass. Allerdings hast du natürlich sehr viel Flachland hier, ne? Das sieht man so schon. Du hast nicht viele Erhöhungen gemacht. Obwohl, da hinten geht es schon so ein bisschen hoch. Aber es ist alles sehr, sehr flach gebaut. Aber das geht ja auch gar nicht anders, wenn man viele Gebäude macht. Wobei, vorne geht es auch hoch, ne? Okay. Aber trotzdem, es sieht auf den ersten Blick sehr, sehr flach alles aus. Aber ist ja auch nicht schlimm. So, Spieleparadies. Last Food Restaurant. Dann hier haben wir eine Beobachtungsgalerie. Ich weiß ja auch, ich werde mich sowieso verlaufen in dem Park. Ich werde hier ganz komisch durchgehen. Das sage ich euch jetzt schon. Weil so groß wie der ist. Hier sind fünf Spinos drin. Not bad. Der große Baum. Wasser. Futterspender. Strand. Sehr, sehr cool. Oh mein Gott, hier sind richtig viele Spinos drin. Okay, hier hast du alle deine Freunde wahrscheinlich beewigt. Sehr, sehr cool. Ganz viele Beobachtungsgalerien und so. Also du hast hier richtig viel gebaut. Es hat bestimmt mega lange gedauert, diesen Park zu bauen. So, hier geht es weiter. Hier haben wir eine besoffene Flücht. Billige Steine. Billige wahrscheinlich, ne? Billige Steine. Sie wahrscheinlich vertippt. Schutzraum. Sovegier. Okay. Du hast komische Namen verwendet. Dann haben wir hier den nächsten Turm. Was haben wir denn hier? Hier haben wir Albertos. Cool. Auch richtig viele, so wie es aussieht. Auch hier wieder viele Palmen benutzt. Viel Sand. Viele Steine. Und hier hat es so mega viele benutzt. Also richtig viele Albertos reingemacht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn fast. Okay, krass. Das ist echt heftig. Auch über den Namen gehe ich mal eben wieder so rüber. Das ist halt wirklich jedem die nur Namen gegeben. Allein das schon hat schon ewig gedauert. Aber es sieht alles sehr, sehr cool aus, so von der Form von oben. Und hier sieht man das auch cool mit den Höhenunterschieden. Also das ist doch schon sehr, sehr cool gearbeitet. Das sieht nice aus. Wie mit den Klippen. Dann hier unten Sand und so. Sieht schon sehr nice aus. Aber wie gesagt, ich werde hier nicht viel Zeit verschwenden, weil das wird alles sehr lange dauern. Steine, Kaufstelle. Und auch hier ist das Schild wieder ganz komisch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Schutzraum. Meg, Leck, Misch. Okay. Hotel Tod. Warum heißt das Hotel Tod? Ich kann hier sogar Dinos erkennen. Da schaut man. Da sieht man die Albertus im Hintergrund. Sehr cool. Hier haben wir die nächste Beobachtungsgalerie. Was haben wir hier? Hier gar nichts. Da stimmt alle da oben, ne? Hier ist auch schön die großen Bäume, Klippen und so benutzt. Hier fährt sogar so eine Gyrosphäre durch. Das brauchen wir hier gar nicht genau gucken. Das werden wir gleich noch genauer sehen, denke ich. Hier vorne ist auch nochmal ein Weg. Hier ist eine Herrera-Greisstation. Okay. Das ist wirklich teilweise sehr komisch in Namen verwendet. Keine Ahnung, ob ich die richtig vorlese oder falsch. Schutzraum, Saufbude, Müll abkaufen. So, hier ist ein Tor. Ich habe mich jetzt schon verlaufen, wenn ich ehrlich bin. Das wäre echt schon... Alter, es sieht aber so von oben richtig cool aus. Aber es ist, glaube ich, echt schon ein bisschen too much. Für mich, muss ich sagen. Das ist echt krass. Ich hoffe, es ruckelt nicht zu sehr in der Aufnahme. Weil das passiert gerne mal, weil die FPS echt runtergehen, wenn das Spiel... Also wenn man so einen krassen Park baut. Gut, Rattentreff. So, wo ist denn jetzt hier der Eingang in die Fahrt da? Guck mal, selbst das finde ich nicht, weil es so ausführlich ist. Aber ich glaube, die Fahrt geht hier einmal komplett durch. Aber sehr, sehr cool gemacht alles. Hotel-Toilettengeruch. Wow. China-Gift. Rattentreff. Vorne haben wir das nächste. Ich schaue, glaube ich, ein bisschen von oben, damit ich die Übersicht nicht so verliere, Leute. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir Indominus-Rex. Aber ganz viele. Also das ist echt gut gemeint mit den Dinos. Aber es ist echt cool. Hier mal so ein Felsen. Dann immer diese Palmen mit Steinen und so. Finde ich schon... Sieht schon nice aus. Hier hast du auch ganz viele... Ich gehe auch hier wieder über den Namen rüber. Auch mega viele Futterspender. Das ist schon echt ein bisschen übertrieben, muss man sagen. Na gut, das ist mal was anderes. I don't know. So. Und hier endet das Ganze schon. Also hier hat man noch mal eine Beobachtungsgalerie. Können wir sich den mal angucken. Die haben aber alle das gleiche Muster, kann das sein? Ich glaube schon. Und Dominus-Rex ist schon cool, ne? Aber bis jetzt habe ich, glaube ich, nur Fleischfresser gesehen, oder? Ach nee, da waren schon Dracorexes und Archie und... Notimimus bei. Ja, nicht so verkehrt. So, hier sind auch so viele Futterspender, sehe ich gerade. Holy shit. Also du hast es echt gut gemeint mit Gebäuden. So, wirst du denn jetzt hier... Ich bin komplett verwirrt. Wo ist denn jetzt hier der Eingang in die Jurosphäre? Okay, wir gehen mal hier wieder zurück, Leute. Und dann gehen wir mal hier weiter gucken. Hier bei den Spinos war ich schon. Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir auch schon. Textilvernichtung, hier waren wir noch nicht. Hier sind die Albertus wieder. Also ich habe mich jetzt schon komplett verlaufen, muss ich sagen. Guckt euch das einfach an, das Bild. Tausend Spinos. Das ist echt krass. Schrott aus Deutschland. Bürgermist. Schutzraum. Haben wir hier wieder bei den Albertus. Was haben wir hier? T-Rex. T-Rex-Gehege. Sehr cool. Schläft gerade. Na gut, los. Wach auf. Der Regen müsste dich doch wecken. Oder kommt sogar noch ein zweiter. Liegt er sich jetzt auch schlafen daneben? Ich glaube, da sind auch wieder ganz viele Raxies. Mich nicht alles täuscht. Hört sich zumindest so an. Schutzraum. Wir gucken mal, wie viele Raxies du hier untergebracht hast. Oh mein Gott. Und Herreras sind hier auch ohne Ende, wie ihr seht. Ich fliege auch hier mal kurz über die Namen, falls ich einen nicht erwische. Sei bitte nicht böse. Das sind ja so viele. Da kann ich ja gar nicht alles vorlesen. Du hast ja wahrscheinlich alle deine Freunde verewigt. Finde ich cool. Ah, da vorne ist der Eingang. Also ganz am Ende. Hier sind ganz viele Raxies. Werden wir aber gleich nochmal alle in Ruhe sehen, wenn wir da durchfahren. Failhalle. Das haben wir hier rechts. Das ist schon wieder Spino. Also ich habe mich halt mega verlaufen, muss ich sagen. Ne, hier vorne. Was haben wir denn hier? Waren wir hier schon drin? Ne, hier haben wir Dilos. Okay, fünf Dilos. Fünf Dilos und fünf Futterspender. Ah ne, es sind gar keine Dilos. Wie komme ich denn da drauf? Prozeratos sind es. Hm. Okay. Prozerato, auch sehr cooler Dino. Seth, Lisa, Johannes und Crystal. Gehen jetzt alle futtern. Ich glaube, ein Futterspender hätte für die fünf gereicht, du. Meinst du das sehr gut mit deinen Dinos? Na los, fresst mal ne Runde. Ich will euch beobachten. Ich fresse Animationen von dem Prozeratos. Echt cool. Wie, futtert ihr jetzt nicht? Ich habe dir jetzt nur angetäuscht, aber du futterst, ne? Echt? Ja, der futtert. Können wir mal kurz gucken. Ah, kriege ich ihn nicht angeklickt. Hat der Prozerato nicht diese coole Futteranimation? Ach ne, das war der Herrera. Okay, never mind, Leute. So, jetzt bin ich schon wieder komplett raus. Wo war ich denn jetzt? Gott, ey, das ist... Okay, ich glaube, wir waren hier, Leute. Also, falls ich hier was übersehe in dem Park, sei bitte nicht böse. Das ist echt schwierig. Schienenstation für... ...extrem faule. Railhalle hatten wir schon gesehen. Hier gehen wir weiter, hier gehen wir weiter. Und dann, Leute, ich gehe jetzt hier direkt in die Fahrt. Darauf bin ich sehr gespannt, weil das ist dann nicht so verwirrend. Da fahren wir jetzt ne Runde mit. Der Controller ist natürlich wieder am Start. Und es geht los. König der Königsechsen, also. Der eine legt sich hin, der andere schnappt nach ihm. Das habe ich auch noch nie gesehen. Gehege, wo so viele Raxys drin sind. Das ist schon echt krass. Aber du hast es ja sowieso sehr gut gemeint mit den Dinos. Das ist aber meiner Meinung nach schon echt ein bisschen übertrieben. Gerade bei so Raxys und so. Wir sind hier nicht erwünscht. Fahren wir lieber weiter. Hier rum. Aber sehr, sehr cool die Strecke. Dann geht es hier rechts raus. Sesam, öffne dich. Oh, abbremsen. Okay, wir haben es geschafft. Dann kommen wir hier in das Herrera-Gehege mit den ganz vielen Herreras. Auch cooler Dinosaurier. Ey, weg mit dir. Nicht mich rahmen. Okay, weiter geht's. So, hier sind noch mehr. Guten Abend. Beziehungsweise guten Tag. Ist ja noch nicht spät. Besser gerade am Trinken. Oh, wie schön. Also, du hast echt viele Dinosaurier reingemacht. So, und da geht's ins nächste Gehege. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Ziege in dem Gehege hier. Ich glaube, das ist auch nur so ein Zwischengehege, ne? Nicht, dass hier ein Dino drin ist, oder? Ne, sieht nicht so aus. Ne. Denke nicht. Weiter geht's. Also, das ist hier schon ein Abenteuer. Sehr, sehr cool. Jetzt sind wir hier in so viele verschiedene Gehege... Oh Gott. Jetzt sind wir in einem Gehege, wo ich mich gar nicht sicher fühlen würde, wenn ich in so einem Truck sitze. Stellt euch mal vor, ihr sitzt hier hinten drauf und in diesem Gehege sind einfach 10 Indominus Rex. Oh mein Gott. Okay, wir lassen schnell hier durch. Das ist echt gruselig. Schaut euch das einfach an. Huh. Ja. Ich sag ja, Leute. Das war's schon mal. Komplett. Aua. Okay, wir sind hier echt raus. Wurde schon mal komplett weggerannt. Boah, sind die unruhig. Die haben ja gar keinen Bock auf mich. So, jetzt sind wir hier bei Indoraptor gelandet. Das sind auch schon wieder 10 Stück oder so, ne? Richtig krass. Also, das ist echt übertrieben mit Dinosauriern. Ja, jetzt auf jeden Fall. Sieht aber cool aus. Auch cool das Kind ist, glaube ich, lebhaft. So, dann weiter. Wollt ihr uns nicht zu lange aufhalten. Aber es ist eine sehr coole Tour hier. Also, die führt durch richtig viele Gehege, die nicht echt nice. Nächstes Gehege. Was haben wir denn hier? Oh, Agro Kanto. Okay, cool. Auch toller Dino. Kleiner Fettsack. Da ist er. Präsentiert sich uns. Oh, oh. Ja, ist gut. Ist aber riesig, ne? Schaut euch den mal an im Vergleich zu uns. Schon echt krass. Aber cooler Skin. Da haben wir auch noch mehr. Oh, da haben wir noch ein paar. Oh mein Gott. 1000 Futterspender, 1000 Agros. Also, kommen alle auf uns zu. Oh, oh. Nicht Aua machen. Oh Gott. Das ist echt ein bisschen gruselig. Die ist mir weg. Kann nicht. Er blockiert den Weg. Oh mein Gott. Ich kann nicht weiter. Boah. Der schnappt nach mir. Jetzt aber schnell hier weg. Ja, ja, ja. Da bin ich aber gespannt, was uns im nächsten Geheger wartet. Ah, Sucho Mimus. Okay. 50 Suchos wahrscheinlich. Okay, hier sind wirklich wieder viele Suchos. Vorne weiter. Sucho auch ein cooler Dino. Hat coole Skins. Was gibt heute der Name? Ich hab's leider nicht verstanden. Leider ein bisschen leise. Weil hat er ja auf YouTube verstanden. Irgendwas mit Nachahmer. Okay, ich würde hier gerne durch so groß. Ich bin ja super nett von euch. Ja, ich weiß, ihr habt keinen Bock. Gott, ich glaub, die machen mich gleich kalt. Ich muss hier schnell durch. Boah. Aua. Oh mein Gott. So, jetzt aber weiter hier. Alter, das ist schon echt ein krasser Park. So viele Dinos. Ich hoffe, ich verfahren mich hier nicht. So, hier geht's nochmal um die Kurve. Ich glaub, ich fahr hier auch gerade komplett durch den gesamten Park durchgefühlt. So lange, wie diese Tour hier dauert. Ja, ich hau ja schon absolut. Nächstes Gehege. Kann sein, dass das Video ein bisschen länger wird. Aber das ist immer cool, solche Touren. Macht immer sehr viel Spaß. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Hallo sind das, ne? Ich glaub schon. So. Ja, die FPS sind leider echt nicht die Besten hier in dem Park. Aber ist ja auch nicht weiter schlimm. Ich hoffe, das geht noch klar in der Aufnahme. Dass es nicht zu sehr ruckelt. So, haben wir auf jeden Fall Allos. Ich überhole mal eben's hier. Ganz eilig. Aber die Allos sind ein bisschen chilliger als die Sufus da gerade. Auch wenn der jetzt hier angerannt kommt. Aber die bedrohen mich hier nicht so wie die Sufus. Und die Indominus. Die haben mir schon ein bisschen mehr Angst gemacht. Und da geht's ja schon ins nächste Gehege. Aber erstmal geht's hier nochmal rum. Hier kommen wir gerade gar nicht lang. Vor allem sind einfach immer zehn Dinos oder so von jedem da. Und so richtig krassen Fleischfressern. Mehr wie so eine Zuchtstation hier. Als wie so ein Park. Okay, Spinoraptor. Also hier gibt's wirklich nur fast nur Fleischfresser. So richtig krasse. Aber cooles Gehege hier. Schön mit viel Wasser gemacht. So wie sie's gern haben. Auf dem Rückweg werden wir auf jeden Fall gleich schnell durchdüsen. So, hier haben wir den Spinoraptor. Och, locker zehn Stück. Wenn nicht sogar 15. Kommt er auf uns zu. Nicht beißen. Da sind sie auf jeden Fall alle gerade. Wir sind alle am Wasser. Und werden wir wahrscheinlich gleich was trinken. Schaut euch das an. Ne, das ist echt krass, ne? Wir fahren weiter. Noch viel zu entdecken, Jungs. Oh Gott, hier kommen wir nicht durch. Das sind mindestens 15. Wenn nicht sogar 20. Ja, ich hau ab. Ich muss hier weg. Oh Gott. Ne, raus hier. Jetzt sind wir wieder im Alugehege. Müssen wir mal ganz schnell durch. Wir versuchen ein bisschen auf der Strecke zu bleiben. Nicht, dass ich mich verpahre. Kollegen sind auch gerade hier vorne. Müssen wir den wegziehen. Oh, jetzt bremst du uns aus. Lass uns durch. Nächstes Gehege. Das war, glaube ich, ein Dominus, ne? Ne, Sucho. Stimmt. Oh Gott. Oh Gott. Au. Okay, die Suchos sind nicht nett. Sind ganz und gar nicht nett. Aber echt krasser Park, ey. Wie viel du hier reingebaut hast. Also, ich würde mich auf jeden Fall verlaufen. Ich habe mich ja so schon verlaufen. In der Helikopterperspektive. Schnell vorbei hier. Boah, die Dinos sind aber auch alle böse. Bin ich auf jeden Fall nicht lieb. So, wo sind wir jetzt? Agro Kanto, glaube ich, ne? Und dann kommt Indominus. Oder wie war die Reihenfolge? Also, hier kriegt man auf jeden Fall viele Dinos zu Gesicht. Gott. Na, durch hier. Ich weiß ja gar nicht, ob die Tue noch woanders hinführt. Gleich auf dem Rückweg. Ach nee, der Indoraptor kommt ja auch noch. Gott, der ist auch gruselig. Der guckt mich schon so böse an. Lieber raus hier. So. Gesam, öffne dich. So, war echt zu schnell für das Tor. So, jetzt haben wir hier den Indominus Rax nochmal. Okay. Slalom hier durch. Schnell dran vorbei. Und dann düsen wir auch hier durch. Ich denke, wir haben genug gesehen von dem Indominus Rax. Boah, wir machen jetzt einen Jump, Leute. Komm. Woo! Okay, das war kein guter Jump. So, da vorne geht es auf jeden Fall wieder raus. So, jetzt sind wir der Schleuse hier. Ich hoffe, wir haben uns noch nicht verfahren, aber ich denke nicht. Schnell hier durch. So, jetzt sind wir wieder bei den Herreras. Das sind doch auch wieder mindestens 10, 15 Stück. Die mich nicht durchlassen wollen. Ähm, könnte ich bitte... Ich kann halt nicht vorfahren. Wir müssen mal eben den Umweg in Kauf nehmen, damit wir hier durchkommen. So. Okay. Wie lange ist denn jetzt die Tour hier noch? Führt die jetzt zum Ende oder geht die noch in andere Gehege? Da bin ich sehr gespannt. Hier geht es wieder zurück. Ich hoffe echt, dass ich mich nicht verfahren habe. Nicht, dass ich gleich mit dem Kreis fahre und nochmal durch alle... Oh, hier geht es rechts. Ah, scharfe Kurve. Boah, gerade noch geschafft. So, und jetzt geht es hier zu den Albertus. Da waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Ich glaube, da waren wir noch nicht. Die haben wir nur von oben gesehen. Das sind auch so viele, ne? Holy moly. Okay. Bevor die mich hier fressen, fahre ich auch mal hier schnell durch. Geht hier auf jeden Fall einmal... Im Kreis, so wie es aussieht. Ich gebe gerade schon Vollgas, Leute, damit es mir ein bisschen schneller geht. So. Also, ihr seht schon, das ist echt eine krasse Jurassic-Tour. Durch fast alle Gehege sehr, sehr cool gemacht. So. Jetzt geht es hier wieder zurück. Ich bin so verwirrt, ne? Wo ich gerade bin. Das ist echt krass. Die ganzen Namen der Dinos. Da werde ich gleich nochmal so teilweise ein bisschen rüberfliegen. Aber alle werde ich nicht mehr sehen. Hier sind die Rekzis. Hier waren wir, glaube ich, auch schon drin, ne? Ja. Fahren wir mal schnell durch. Es geht jetzt schon durch so viele Gehege. Also, ich glaube, wir sind schon durch den gesamten Park gefahren. Das ist eine richtig krasse Jurassic-Tour. Aber viele, viel zu viele gruselige Fleischfresser. Aber wir haben es geschafft, Leute. Hier ist der Start gewesen. Okay. Wir haben die krasse Jurassic-Tour abgeschlossen. Jetzt bin ich aber komplett verwirrt, muss ich sagen. Wir fliegen jetzt noch einmal hier kurz in der Perspektive rüber. Wir haben aber noch nicht alle Dinos gesehen, wie ihr seht. Also, hier gibt es noch einige. Oh mein Gott. Ich werde hier nicht alle Namen nennen können. Um mir leid. Fliegt jetzt einmal so rüber. Ich weiß nicht mal mehr, welche ich schon benannt habe und welche nicht. Dominus Rex. Miloraptor. Also, hier waren wir gerade schon alles. Aber ich bin wirklich verwirrt, wo wir gerade alles lang gefahren sind. Das ist hier halt wirklich alle benannt. Aber das würde alles zu lange dauern. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Mühe gegeben hast. So, wir werden jetzt einfach mal so ein bisschen noch überfliegen und erkunden. Falls ich hier was in dem Park übersehe, sei mir bitte nicht böse, weil es ist echt einfach, weil der einfach so voll ist, der Park, mit Sachen. Da verläuft man sich echt schnell. Bei den Proceratus waren wir. Hier waren wir, glaube ich, als einziges noch nicht. Bei den Ceratus. Kann das sein? Glaube schon. Hier, das ist das einzige Gehebe, wo wir, glaube ich, nicht waren. Bei den Ceratusaurussen. Die sind ja nur friedlich gegenüber den anderen. Sehr ganz entspannt. Die chillen hier auf jeden Fall ein bisschen ihr Leben. Die haben auch alle Namen bekommen. Ganz, ganz toll. Jay, Ezio, Hannes, Weran. Sehr, sehr cool. Dann hier vorne hast du noch einiges. Wenig Innovationszentrum, heißt es. Okay. Hier hast du noch ganz viele Läden und so. Hinten hast du noch Strom. Wir retten die Dinos. Industriegebiet. Klärzentrum. Fliegen mit Cannabis. Wow. Was sagst du hier? Own Zentrum. Fliegen ohne Bescheinigung. Besteinszentrum. Okay. Ich gucke jetzt einfach mal von oben, Leute. Weil sonst verlaufe ich mich hier wieder. Wenn ich jetzt hier nach den Wegen gehe, das geht nicht. Hotel Fanzel. Hotel bricht zusammen. Hotel Rohrbruch. Hotel Ratte. Hotel überteuert. Das ist hier wirklich alles benannt. Richtig krass. Y-Box. Hier haben ganz viele Beobachtungsgalerien. Das sind alles die Gege, wovon durchgefahren sind, Leute. Deswegen gehe ich da gerade nicht so drauf ein. Weil die Fahrt da gerade hat echt schon lange gedauert. So, was haben wir hier? Bürger nichts. Nintango. Nichts als Schrott. Kaufhaus für Müll. Trinken ist billig. Kacker Laken-Treff. Also hier hast du nochmal so einen schönen Weg gebaut mit ganz vielen Geschäften und so. Hier ganz viele Hotels. Sehr, sehr cool. Dann hast du hier die Deutsche Bahn. Kommt immer pünktlich, ne? Sturm-Anzieh-Station. Wow. So, hier vorne. Die Gehege haben wir zum Glück alle gesehen gerade. Gut, dass wir die Tour da gefahren sind, bevor wir alles erkundet haben. Hotel Schrott-Tempel. Hat aber eine gute Sicht, glaube ich, ne? Dabei geht eigentlich. So, nach der links hat man eine gute Sicht. Da waren wir vorhin. So, was haben wir hier noch? Hier hinten sind noch Schutzräume. Beobachtersgarin. Also du hast alles richtig voll gebaut hier. Ich muss schon sagen, der Park sieht krass aus von oben. Ich hoffe, die Aufnahme hat nicht zu sehr geruckelt. Also, falls ja, seid mir bitte nicht böse. Aber für mich persönlich, muss ich sagen, war der Park einfach too much. Also es war wirklich schon fast zu voll gestellt und so. Ich habe mich selbst verlaufen und so. Und vielleicht mal so eine kleine Fläche machen, wo einfach nur Wald ist oder sowas. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ist aber trotzdem sehr, sehr cool, ne? Ist natürlich immer alles Geschmackssache. Also nicht böse nehmen die Kritik. Ihr könnt ja mal in die Kommentare unten schreiben, wie ihr den Park fandet. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du ihn mir eingeschickt hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und falls ihr mir mal einen Park einschicken wollt, dann unten in der Videobeschreibung steht drin, wie ihr das machen könnt. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi. Kürz